Es ist kompakt, sicher, angenehm, alles was man sich von einer neuen Leber wünscht. Der Preis 756.000 Dollar. Wir werden einen Kreditplan erstellen, der sich ihren Bedürfnissen exakt anpasst. Er unterzeichnet. Alle unterzeichnen. Aber was sie nicht sagen, falls du die Ratten nicht bezahlst, bricht jemand von der Union bei dir ein und holt sich ihr Eigentum zurück. Ich bezahle. Sorry, ist nicht meine Abteilung. Leber. Gehst du jetzt zu den anonymen Alkoholikern? Ich heiße Remy. Das ist mein bester Freund Jake. Wir sind zusammen aufgewachsen und jetzt arbeiten wir zusammen. Job ist Job. Was glaubst du hält die Welt zusammen? Die Regeln. Wenn sich die Leute an die Vertragsbedingungen halten, die sie unterschrieben haben. Wie geht's Ihrer Bauchspeicheldrüse? Ich hab heute Morgen das Geld überwiesen. Hier bleiben immer die Repo. Sind Sie von der Steuer? Nein. Ich bekomme kein neues Herz? Nicht bei Ihrem Kreditrisiko. Hey! Du hast Glück, weißt du das? Das ist das neueste Herzmodell, das beste auf dem Markt. Hol's raus! In Kürze bist du wieder zurück im Spiel und zeigst es denen. Das hast du tausendmal gemacht! Was ist los mit dir? Ich bin mit den Zahlungen im Verzug. Du bist ein Repo. Sie kommen auch deinetwegen. Wen schickt mir Frank auf den Hals? Mich vielleicht. Wo wir uns auch verstecken, die finden uns. Was hast du vor? Ich bringe es zu Ende. Nimm mich aus dem System. Gib mir dein Herz oder wir erstellen einen Kreditplan, der sich dein... ...ir gehört dir. Trinkst zu Ende, Jake. Jetzt. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ich kann nicht zurück.